Der eine schimpft uns mal wieder, noobs. Ich doch mal, dass ich da... Das war was. Da ist grad ein Doppel. Schade, dann krieg ich wieder nur ein Assist dafür. Aber gut, er muss mal leben. Was? Wieso hab ich denn... Wo hab ich den denn getauscht? Na gut. Das stimmt, mit der Farmers konnten wir ja nichts machen hier. Glück gehabt. Ja, sicher. Wenn man den Schüssen folgt, ist das nicht schwer. Ich hab auch die AK-103. Ach, da hat der mir jetzt eine verpasst. Schon wieder derselbe Kerl. Okay. Im Moment komm ich mit keiner anderen Waffe klar, als mit der K2. Das ist jetzt... echt merkwürdig. Aber okay. Nein, ich wollte... Na, eine Blendgranate kann man auch mal nehmen. Der Assist war komisch. Gut. Vielleicht... Vielleicht liegt es echt daran, dass ich zu viele renne im Moment. Das bringt einen unnötig in Hektik, aber... Äh... Hm. Da hab ich doch einen gesehen. 8, 2, 7. Immerhin habe ich mehr Kills als Tode auf der Liste. Was ja bei mir erstmal die Hauptsache ist. Wieso? Wieso kommt der da um die Ecke? Wieso hab ich nicht... die... die eine Kugel mehr abgeschossen, die ihm den Kopf zerschmettert hätte? Genau, die Kugel. So. Das hoffe ich doch mal... ...was genau das passiert. Wieso hab ich einen Nautgranaten in der Hand? Ja, sicher. Klar, wenn ich am Nachladen bin. Moment, hab ich da nicht einen gesehen gehabt? Dämlicher Sniper. Was hat da Schluss gemacht? Oh, one hour considering playing. Seitdem ich das letzte Mal... seitdem das letzte Mal das Spiel runtergefahren bin. Mann, Drecksack. Wieso hab ich daneben geschossen? Danke für den Assist. Okay, anscheinend niemand. Hm. Okay, das war's. Hm. Was? Lucky Devil? Wen habe ich den Lucky Devil erwischt? Elf, zwölf. Kann man auch dran arbeiten. Verdammt. Durch die Granate, nun habe ich mich verraten. Was zum? Habe ich den überhaupt einmal getroffen? Ne. Ich habe den nicht. F714, oh Gott. Ich habe den Kerl da gerade eben nicht einmal getroffen. Was ist da los? 3.800.